Ich hab heute die Winterjacke schon wieder rausgeholt. Ey. Ah, Geld vom letzten Winter noch. Soll ich meinen Job kündigen? Was? Nee, so viel ist jetzt auch wieder nicht. Ey, was geht ab, Jungs? Ich hab Geld in meiner Winterjacke gefunden. Nice, Alter. Das heißt, du musst nie wieder arbeiten. Ja, oder? Ja, was? So viel ist es wirklich nicht. Muss man das eigentlich jetzt versteuern oder so? Ich war noch nie reich. Denk schon, ja. Ich glaub, ich zieh eh direkt nach Dubai. Von daher ist eigentlich egal. Ey, da ist er ja. Ich hab gehört, du hast Geld in deiner Winterjacke gefunden. Hast du auch schon deinen Job gekündigt? Mach ich jetzt direkt. Hör auf, so viel ist es nicht. Ey, Chef. Ich muss kündigen. Wieso denn? Ja, ich hab Geld in meiner Winterjacke gefunden. Ah, okay. Sei es gleich. Glückwunsch. Ähm, willst du vielleicht, wenn ich dich schon dran habe, irgendwie gleich als Investor bei uns einsteigen oder so? Gerne. Ich hab 5 Euro. Das ist schon sehr wenig. Ah, nee, sorry. Falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich 5 Euro aus der Winterjacke vom letzten Jahr. Ah, okay. Sorry. Sag es doch gleich. Das reicht für 45% der Firmenanteile. Was für ein Tag, ey.